Am Lockdown ist ja mit Sicherheit auch mal ein 24-Stunden-Stream drin. Boah, 24, ich weiß nicht, ob ich das Ding selber habe. Äh, Lennepunkt, da haben wir wahrscheinlich einen ganzen Stuhl geschlossen. Ich kann ja gar nicht mehr auf meine... Aber ein Zwölfer, ein Zwölfer machen wir auf jeden Fall diesen Monat. Ich wollte gerade sagen, ich habe ja letztens in deinem App geschrieben, Zwölfer zum Release der neuen Map kicken. Schon, oder? Die kommt aber erst im Januar. Kann man sich überlegen, ne? Die wird so durchgeradet. Die Map kommt erst im Januar. Dann wird die geleased. Im Januar. Nein, das ist noch nicht bekannt. Doch, es wurde schon... Ich habe schon einen Tweet gesehen, da wurde gesagt, Ende... Anfang Januar. Nein. Dann habe ich was Fälsches gelesen. Das ist bei dir von... Jetzt habe ich natürlich das größte Geweih ausgedrückt. Irgendwo disconnected. Äh, irgendwer ist... Ja, deutsch. DG left to the game. So, ja, sollen wir nochmal neu starten, oder sollen wir... Ja, ist am Anfang der Runde. Ah, okay. Lenni ist keine Imposta, wo wir neu starten. So, alle mal lieben, bis auf die Imposta. Damit die gewinnen. Ich bin jetzt einmal Imposta. Och, meine Fresse. Ich war Imposta. Zwerg hat gewonnen. Zwerg! Ich habe gewonnen. Ich habe eine Imposta-Runde gewonnen. Ja, Lenni. Zwerg! Kann ich Brauen haben? Okay, wunderbar. Achso. Kann ich Brauen haben? Zwerg hat einmal gewonnen. Brauen, 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 brauen. Ich weiß nicht, ob ich eine Runde rein will, in der Skybreaker abnimmt ist. Da kein Unterschied, aber okay. Verdammt, das war eine kurze Imposter-Runde. Warte, 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 warte. Ich will nicht das Geweih haben, weil das sieht man, wenn man Wendt hängt. Was für einen Hut habe ich denn auf? Alles. Ich habe halt meine Bots aktiv, deswegen, ich sehe meinen Hut nicht. Was für einen Hut habe ich auf? Kann mir das jemand sagen? Astronautenhelm auf dem Kopf. Ach so. Lego-Friend. So habe ich das gemoddelt. So. Na ja, Runde Among Us. Streaminglandificate. So, und ich mache hier einfach meine Tasks. Der Among Us Runde war ja super, gerade eben. So, jetzt geht das Licht aus. Na, schöne Scheiße. Ich mache das hier. Ich bin ein bisschen erkältet. Wenn meine Stimme ein bisschen kratzig ist. Das ist leider so. Wo ist das Scheißteil? Ich werde hier doch wieder gekillt. Als erster. Im Dunkeln. Gar nicht mehr dunkel. Hier habe ich meinen Scan-Task. Da kommt gerade jemand durch die Schleißer. Und ich habe einen Minecraft-Huhn. Gut. Ein Huhn-Hut. Ich bin immer fleißig am Moden. So. Spesamen. Ich muss zu Spesamen. Oh. Äffchen. Pink. Ist bei mir. Da hat irgendwas geknackt. Aha. Hier ist mein Task. Im Dunkeln sieht man hierher kommen wird. Pats. Und weiter geht's. In den Office. Ich glaube, das ist CarSwipe. Der kann grün. Malöchen. Ich lebe noch. Ich laufe hier im Dunkeln bestimmt an einigen Leichen vorbei. Und ich lebe dann zu diesem Zeitpunkt. Da muss bestimmt schon jemand gemordet worden sein. Ich habe hier gleich meinen Task erledigt. Die Postoren haben bestimmt schon jemanden umgebracht. Das kann ja gar nicht anders sein. Ich sehe es im Dunkeln nicht. Äh. Ne. Hier habe ich meinen Task. Und da bin ich tot. Der erste. Ne. Die Hilft ist schon tot. Die Hilft ist tot. Wer zum fucking Teufel. Das Elfchen war es nicht. Felix hat mich getötet. Das habe ich ja gesehen. Also ich war gerade noch beim Admin Panel. Und bin da links rausgelaufen. Und ich weiß nicht. Das ploppt einfach nur der Report-Button auf. Ich weiß nicht, wo die Leiche liegt. Aber wahrscheinlich dann vor der Tür, ne? Ich habe schon volles gesehen. Ich habe schon. Äh. Also wenn du aus Specimen runterkommst. Ja, Office. Ja, mein ich noch. Okay. Äh. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie wir jetzt eine vernünftige Diskussion führen sollen. Die Hilft ist tot. Die einzige Sache, die ich nicht frage, ist, äh, JG? Ja? Warst du jetzt als letztes? Wo ich als letztes war? Ja. Felix. Ich war oben im Labor. Felix was? Ich habe mich gesehen. Das ist aber auch schon länger. Ich wollte gerade nämlich sagen, ne? Ich war nämlich, äh, gerade auf dem, auf dem Weg zu Leitz. Und da bist du durch mich durchgelaufen. Warte mal, aber Sky, bitte nicht reinenden, weil wir können jetzt eigentlich, also Proven macht jetzt überhaupt keinen Sinn bei der Länge der Runde. Ja, ja, genau. Das ist nämlich die Sache. Was ist denn das für eine Runde? Die Hälfte ist schon tot. Äh, nicht Hälfte. Die Hälfte ist zu Beginn tot. Ich habe es nicht gesehen, also ich habe nur blau gesehen, also Elfen stand in der Dusche. Das Ding ist, die Leiche, also den, den ich glaube ich reportet habe, war Zwergi, das kann gut sein, weil der war mit mir nämlich noch unten in Specimen. Damit mache ich mich jetzt Hass, aber ich will es halt einfach sagen. Der war mit mir unten noch in Specimen und der war ungefähr, ähm, ich habe bei dem 1-10er gemacht und dann war der, äh, ähm. Da dran und ich bin halt, die Leiche muss 10 Sekunden alt sein, ca. 10. Warte, warte, warte. Weniger. Du, wo bist du gewesen? Ich war ins Beste, ich bin ja durch Specimen durch, äh, durchgelaufen. Ich habe oben dich auch noch mit Elfie-Chan gesehen und das ist schon lange her. Aber die ist oben raus. Ich bin aber nach unten durchgegangen. Ja, ich bin durch Specimen durchgegangen. Ich bin durch Specimen durchgegangen. Ich bin durch Specimen durchgegangen. Aber er war noch am Leben. Die Frage ist, wie ist sie zu mir gekommen? Ja, ich war ins Specimen, WTF. Nein, nein, du warst nicht dort. Ich habe, ich habe, ich habe, es war dunkel. Ich habe im Admin-Panel, dass dort zwei Leute... Kinder hat was gesehen. Ja. Und da habe ich Zwergi mir entgegengesehen und dachte, okay, es hat Zwergi jemand getötet. Nein. Dann bin ich wahrscheinlich von oben gerade runtergekommen. Nein, Elfie-Chan war oben in der Dusche. Sky wird verdächtigt. In der Dusche. Ersassen würde ich ihn auf jeden Fall... Ja, ich würde jetzt Dusche, weil ich... Ja, das Ding ist aber, dass er gerade das Beste von Room, äh, das Beste von Room war. WTF. Ich habe dich nicht gesehen und nur Zwergi ist... Gerade, weil er gerade so leise ist. Das Ding ist, dass du gerade eben selber reingeintert hast mit Elfie-Chan. Leute, was machen wir? Wir müssen wohnen. Oh Leute, was ist das für eine Runde? I don't know, ist los. Ich meine, ich habe ihn in die Richtung... Ja, GG. Haben wir eine Nolide-Runde gespielt, Felix, holy shit? Die sind aber okay, alles klar. Wir, dasselbe... Das, das... Ich kapier's nicht, ich kapier's nicht, aber... Oh Mann, Sky, ich hätte warten sollen. Das wäre so clean gewesen, in einer Runde alles... Was war das denn für eine Runde? Es ist die halbe Mannschaft, Tod. Ja, wer wird das wohl sein? Nee. Eyebreaker sein wird, ob das die Felix... Nein, die halbe Mannschaft. ...jemand da in einem Postteil ist, wenn er am wenigsten saß ist, äh... Wir machen das doch jetzt halt nicht gestern, Alter. Oh Mann, das Proving war komplett im Arsch für die Runde. Ja, natürlich. Wie willst du denn da jemanden proven bei einer Runde, die zwei Stunden geht, Alter? Das geht jetzt der Game, ja. Das Ziel hat keinen Bock mehr. Ich muss mich nochmal eben kurz in Gami umbenennen, das wäre Ehre. Ah ja, wäre gut. Das war auf jeden Fall, äh... Sehr, 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 sehr witzig, weil... Die Sache ist, ich hatte die ganze Zeit Kill Cooldown unten, ne? Und ich dachte, okay, wenn jetzt irgendwer zu der Leiche geht und die reportet. Ich flexe den auch weg, wir haben die Runde easy gewonnen, in einer Runde. Ich schaue den auch weg, wir haben die Runde. Untertitelung des ZDF, 2020